Das Ziel der Wohnüberwachung 3Point ist eine gemischte Form. Wir haben im unteren Bereich der Hochhäuser Business Apartment, wo man mieten kann. Und im oberen Zweidrittel der Häuser sind Eigentumswohnungen individuell ausgebaut mit einem sehr hohen Standard. Wir haben uns für HOVAL Homewend entschieden, weil wir die Geräte sehr leise betreiben konnten. Sie erfüllen unsere Anforderungen an Standard und auch von der Wartung her, von der Zugänglichkeit her. Sie können auch dort platzieren, wo wir es am Schluss gebraucht haben und nicht irgendwie auf ein Monoblock-Gerät wechseln müssen. Der Anspruch dieses Projekts erbringen schlussendlich unsere Servicetechniker, die jedes einzelne von diesen 450 Geräten in Betrieb nehmen und dafür sorgen, dass in Zukunft in diesen Wohnungen ein sauberes, gutes Raumklima und eine gute Luftqualität herrscht. Ein Auftrag in dieser Grössenordnung gehört nicht zum Alltag. Unser Team hat jedoch einmal mehr bewiesen, dass wir auch fähig sind, Projekte in dieser Grössenordnung zu stemmen. In der wochenlangen Arbeit hat man jedes Gerät auf Funktion geprüft und die Luftmengen entsprechend sauber eingestellt. In Zukunft sind alle Wohnparteien unabhängig voneinander in der Lage, in ihren Wohnungen für ihr eigenes Wohlfühlklima zu sorgen. Die Luftmengen